Ihr habt es hier mitbekommen im Studio, wie wunderschön auch euer Set ist. Wunderschön, ganz romantisch wird es gleich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und wenn Sie auch sein großer Kerzen-Fan sind, insbesondere jetzt zur Weihnachtszeit, die bald vor der Tür steht, dann kann ich nur sagen, es gibt wunderschöne Kerzen. Achtung, ohne Rauch, ohne Ruß, ohne offene Flamme. Kindergerecht, hundgerecht, perfekt für alle, die sonst noch vergessen, auszupusten. Bleiben Sie dran, jetzt geht's gleich los. Das wird eine tolle Stunde. In wenigen Sekunden bleiben Sie dran. Wir sehen uns morgen. Tschüss von mir. Ganz wanzig. Und ich glaube, ich würde gerne noch mal die beiden Ladies sehen. Weil, schau dir das an. Von vorm Schöne, ich freue mich außerordentlich, dass du hier bist, meine Hübsche. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es Ihnen gleich gefallen wird, liebe Damen. Auch mein Wort jetzt an die Herren der Nation. Machen Sie es sich bequem, denn Sie werden gleich hier einiges zu sehen bekommen. Das kann man so einfach mal am Start. Und das sind zwei absolute Trendfarben und zwei Farben, die mir so gut gefallen. Wahnsinn, beide. Absolut. Und natürlich kann auch der Body einiges. Und unsere liebe Anke ist nur eins unserer zwei hübschen Models, die wir heute hier für Sie am Start haben. Und Anke ist schon mal rein. Und das heißt, mehr geht nicht. Das ist die größte Stützkraft, die Sie bekommen. Die Anke fertig. Wir flitzen direkt, kommen Sie mal mit, liebe Damen, liebe Herren, natürlich auch. Denn jetzt kriegen hier alle was zu sehen. Liebe Anke, du siehst bezaubernd aus. Ganz, ganz klasse. Ja, ein kleines Leckerli, ein Bonbonchen. Das riecht aber lecker. Das riecht, das schmeckt vor allem. Ich würde ja auch gern, jetzt brauche ich jemanden, der die Pizza festhält. Kurz in Pause, ich gehe was naschen und bis gleich. Wir freuen uns auf Sie. Bis gleich. Wir haben sind begrenzt. Es ist wirklich ein super Angebot. Es ist Premium. Ich möchte etwas, was zu meinem Ring passt. Wurde man dem voll beides passen? Du hast so ein bisschen. Dann halte ich den. Dann haben wir alles aufgeteilt. Steffi, du bist versorgt? Ich bin versorgt. Das ging simpel. Dann macht ihr das einfach nochmal um um 15 Uhr. Wir kommen nochmal wieder und zwar genau in einer Stunde um 15 Uhr. Ah, dann lade ich Sie jetzt ein zu extravaganten Schmuck, meine Damen. Das sind richtig wunderschöne Designer-Klunke. Anders kann ich es gar nicht sagen. Funkelnd und ganz, ganz toll. Und Outletpreise. Das ist ein Outlet. Alles reduziert. Den habe ich vorhin schon gesehen. Das war's denn, ne? Aber man hat mir wieder auf die Finger geschlagen. Mensch, die passen aber auch alle auf hier im Studio. Das ist so unangenehm. Das ist so genau mein Geschmack. Der ist richtig. Wir sind schon am Start. Wir werden Ihnen nämlich heute lachen. Ich jäkchen, beziehungsweise unter, ähm, jetzt am 5. Juni, 15 Uhr. Und ich sage einfach mal, ich nasche jetzt mal, äh, das ist ein ganz leckeres. Wow. Mh. Komm her damit. Oh. So, Pause, gleich geht's weiter. Okay. Wer will noch mal? Was ist denn jetzt Basic? Was sich so anfühlt? Da kommt mir gerade der Gedanke, nicht nur Unterwäsche, wie ich es mit Beziele. Meditierst. Und da ist es perfekt, weil man schwitzt in dieser Ware nicht. Oder erst mal hier an der Büste kriege ich eine Info. Das wollen wir einfach mal machen. Ich glaube, lebende Objekte sind immer kleine Dorfstadt. Es ist die kleine Dorfstadt. Es war mir ein Fest. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich ziehe mir nämlich jetzt die Pumps aus und marschere jetzt rüber in die Schmuckabteilung. Da gibt es jetzt die Welt der Erharte mit Beate Fischer und mir mit einem ganz tollen Schmuck. Ich freue mich sehr. Ich sage danke. Und Sie bleiben bitte aber dran. Danke, meine Süße. Danke. Viel Spaß heute noch. Mua!